Ernsthaft, wieso machst du das? Vom ersten Tag an habe ich bei dir was gespürt, was ich nicht kenne. Das will ich nicht verlieren. Was du an dem Tag getan hast, das war für dich okay, ja? Wir haben uns geküsst, weil ich dachte, du wärst Justin. Ich habe dir super private Sachen erzählt, weil ich dachte, du wärst Justin. Er hätte ja nie verstanden. Ich war an seinem Hirnrühren und ich kenne den Typ. Dein Ernst? Ich kenne ihn besser als du. Er ist immerhin mein Freund. Du weißt, dass du nicht zu ihm passt. Ach, zu wem passe ich dann? Zu dir? Ich meine, so ganz spontan wäre das eine Option. Das ist nicht lustig. Das ist verrückt. Heute bist du so und... Körper und Seele stehen oft nicht im Einklang. Aber ich bitte dich ja auch nicht, Vic eine Chance zu geben. Gib bitte mir eine Chance. Bis zum nächsten Mal.